In diesem Tutorial wollen wir euch die kompressionssynchrone Therapie zeigen. Das Corpuls 3T und das Corpuls CPR lassen sich schnell und einfach über Bluetooth verbinden und können dann eigenständig arbeiten. Verena, warum ist das von Vorteil? Wenn ich über einen Monitor beide Geräte bedienen kann, dann erleichtert das die Abstimmung im Team einfach ungemein. Okay Verena, wir sehen jetzt schon ein Punkt in der Simulation, wo wir uns kurz damit befassen können, die Geräte zu synchronisieren. Dazu würde ich den Discovery-Modus starten. Jawohl. Ist gestartet. Jawohl. Dann suche ich das Gerät. Verbunden zum Corpuls CPR. Okay, alle weg vom Patienten für die Rhythmuskontrolle. Ich bin weg. Das sieht für mich schockbar aus, für dich auch. Okay, dann schocken wir in Kürze. Alle weg vom Patienten. Gut, es sind alle weg. Dann schocke ich. Schock ab. Schock ist abgegeben. Gut, Andi, jetzt haben wir uns das im ARD-Modus angeguckt. Das ist ja im Prinzip einfach, weil die beiden Geräte komplett selbstständig arbeiten. Das Einzige, was es zu beachten gibt, ist, dass während der Analyse keiner den Patienten berührt, dass während der Schockabgabe keiner den Patienten berührt und dass während man den Schock selber abgibt, lang genug auf der Schocktaste bleibt, bis der Schock tatsächlich abgegeben ist. Jawohl. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns das Ganze im manuellen Modus an. Ja. Okay. Okay, Verena, ich sehe am Pfortendiagramm zwei Minuten sind rum. Jawohl. Ich würde gerne manuell Analyse starten. Ja. Weg vom Patienten und du schaust bitte mit rauf, okay? Dazu stoppe ich die CPR. Weg vom Patienten. Bin weg. Das sieht für mich schockbar aus. Ja, für mich auch. Ich starte wieder. Und lade. Achtung, in Kürze Schock. Alle weg vom Patienten. Achtung, Schock. Schock abgegeben. Cool. Was wir jetzt im manuellen Modus beobachten konnten, ist, dass sich die No-Flow-Zeit nochmal deutlich reduzieren lassen. Am Corpus-3-Touch-Monitor kann ich die CPR unterbrechen. Es erfolgt dann die Analysephase. Ich kann sie dort auch wieder aufnehmen, laden, schocken und das Ganze ist dann synchronisiert, relativ einfach abzuarbeiten. Das Corpus-3-Touch lässt sich als Remote-Fernbedienung für das Corpus-CPR verwenden. Ich kann die Therapie starten. Und ich kann sie stoppen. Wenn ich die Parameter konfigieren möchte, ist mir das ebenfalls möglich. Ich wähle den entsprechenden Parameter und verändere dann entsprechend meiner Vorstellungen. Durch die Interaktion und Kommunikation der beiden Geräte kommt es zu einer leichten Zeitverzögerung. Andi, so als kleines Schlussfazit würde ich sagen, wir haben festgestellt, das Ganze geht im ARD-Modus. Das Ganze geht auch sehr gut im manuellen Modus. Wenn man beide Geräte zusammen benutzt, sollte man natürlich bedenken, dass man auch auf beide Geräte eingewiesen sein muss. Jawohl. Und was wir auch für wahnsinnig wichtig erachten, ist ein regelmäßiges Training. Gerade eine hochwertige BLS ist ein Kernelement einer ALS-Maßnahme. Ja, und in dem Sinne hoffen wir, dass das Video für euch lehrreich war, dass ihr Spaß hattet beim Schauen. Wir würden uns wünschen, euch beim nächsten Tutorial wieder begrüßen zu dürfen. Die Nachtverrögerung Die Nachtverrögerung 10. 8. 10. 11. 15. Es geht,